Hallo und Willkommen zum heutigen Let's Play Hex Süd. Wieder mit dem Benni, der hier schon irgendwo unterwegs ist. Na, ich fahr grad gegen Sonnenaufgang hier, Kollege. Ja, ich auch. Achso, wir wollten noch mal an diesem Frack unten vorbeischauen, oder? Was wir da gesehen haben. Auf der Karte. Das war doch irgendwo da unten. Genau. Ah ja, ich seh's auf der Map schon. Mal gespannt, was das ist. Ja, dann geht grad die Sonne auf. So. Das ist bestimmt irgendwie ein versunkenes Schiff, oder irgendwie sowas. Sag ich doch, es ist ein versunkenes Schiff. Ja, das schaut aber geil aus. Ich hab gedacht, es gibt vielleicht was zu holen da drauf. Das sieht aber nicht so aus. Ja, wir müssen halt mal die Lage checken. Ne, glaub ich aber auch was nicht. Dass es da was zu holen gibt. Im jeden Fall ist da unten die Möglichkeit zu atmen. Ja, Beatmungszäune überall. Ja. Hahaha. Oh, oh. Ist noch ne Kiste oder sowas? Ne, hier ist nix unten. Das Ding ist Schrott. Da ist jetzt nichts zu holen. Okay. Habe ich schon mal aufgefallen, dass unsere Sonne ein Fünfeck ist? Ja, das schaut aus wie so ein großer Diamant. Mhm. Habe ich schon gesehen. Das passt auch so. Die große diamantene Sonne. Abbauen. Oh, genau. Ein riesen Diamant. Habe ich fahr jetzt überhaupt richtig? Ne, halt jetzt Richtung Norden. Denk ich, oder? Ho, wieso hab ich eigentlich keine Wegmarkierung mehr drin? Ich fahr halt runterwärts, ne? Ich bin gechillt. Ja, kommst du auch schon irgendwann zu Hause an, aber... Ich würd halt recht lange dauern. Ich würd nicht erst, wenn ich aus der Map gefallen bin, dann. Ne, halt immer Richtung Norden von dem Schiff aus. Mhm. Dann bist du eigentlich schon... Das ist gar nicht weit von dem Schiff aus nach Hause. Zumindest nicht mit dem Boot, weil du bist ja relativ fix. Aus? Was? Na, halt bis zum Haus. Nein, da war ein Strauß. Ach, da war ein Strauß. Ich hab jetzt gedacht... Ein Vogelstrauß. Ich hab jetzt gehört... Hä, Strauß? Äh, äh... Hä, Haus? Nicht Strauß. So, ich bin wieder zu Hause. Irgendwelche interessanten Vorkunden sind hier zu Hause. So, erstmal das Boot gegen Land setzen. So. Wie immer. Wie immer. Ja, ich glaub schon, oder? Was? Aua. Woh, ich dachte schon wieder so ein kleines Boot gekümmert habe. Weiß ich bin mir nicht sicher ob wir das schon hatten. Äh. Hm. Egal. Alleine wird das aber so nicht gemacht. Oh, Schweine. Open the Tamaray door. Specialty teleport. Check. And rotating existing doors. Oh nein, wir werden mit der Erde kollatieren. Ich hab hier so ein komisches Lillipet-Dings der Bombser gefunden, ne? Und ich... Und so einen Alkoholtest auch. Ist das hier was das für ein Ding ist? Alkoholtest. Jaja, das... Hab ich keine Ahnung was das sein soll. Hä? Wieso sind in unseren Essenz-Boxen keine Essenzen mehr? Was bei dir schon wieder rumpackt? Was? Ne, halt keine Hexikal-Essenzen meine ich. Nur die eine, die ich da reingelegt hab. Weiß ich, ne? Wollen wir die nicht irgendwo anders? Ah ja, hier in der Edelstein-Kiste ist die drin. Ähm... Oh yeah! Ich kann einen Rucksack bauen. Oh yeah! Warum hast du genug Dinger mitgenommen? Genug Fäden? 23, das soll reichen, glaub ich. Weil... Zweimal... Tenet Leather müsste ich noch haben. Ich hab ja auch nochmal 28. Das ist Strings? Ja. Ja, das geht einfach. Halt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Reise. Und es waren grad mal zwei Türme. Ich hab sogar noch ein bisschen Ding mitgemacht. Es waren noch ein paar Bücherregale. Jep. Jetzt können wir bis Level 46 verzaubern. Hahaha. Hier ist es glaub ich auch so. Du kannst ja mehrere Sachen auf einmal verzaubern, ne? Jaja, das wird dann halt immer wieder... ... oben rauf gerechnet. Du kannst ja alles drauf machen, was du dir wünschst. Hm. Alles. Ich will ein Schwert mit allem. Ich will ein Schwert mit allem. Einige Schüter. Verwirrt rumrennen, glaub ich, mach ich. So, ich glaub mein Bogen ist fertig. Jetzt hab ich Infinity 1, Unbreaking 3, Flame 1 und Power 5. Hahaha. Ich glaub der ist übel genug. Okay. Okay, das Schwert. Hab ich extra, das Schwert mach ich nicht mehr. Weil da mach ich mir dann so einen Diamond Mixed Wurzel zum Monster Bound. Wurde uns angeraten. So. Alter, erstmal hier alles... Was ist die Strings hin? Ähm, die hab ich noch bei meinem Inventar. Hier. Hau die mal. Oh, es gibt die hier. Das wird reichen. Nachtblumen heißen die Dinger. So. Super. Noch ein wenig Klee. Was, Kleeblöcke hab ich auch mitgenommen? Hä? Wollt ich denn Kleeblöcke aufgesammelt, bitte? Keine Ahnung. Was ist denn dieses Eisgranat-Dinge? Kann man das schmeißen? Oh! Hä? Was hast du angestellt? Ich hab grad so ne Granate geschmissen. So, Elektrikgranate. Hallo? Hat das viel Schaden gemacht? Bei Herzen. Cool. Das war so ne Elektrikgranate? War das jetzt? Coole Sache. So. Äh, ich hab im Übrigen noch nen Legia-Bow. Falls du noch einen brauchst. Erst haben wir gar keine, jetzt haben wir recht zwei. Infinite Use kostet elf Lepprecht. Ja gut, aber du verbrauchst dann halt keine Pfeile mehr, ne? Das ist halt der Vorteil. So, jetzt haben wir erstmal die ganzen Diamanten, das ganze Diamantenzeug hier raus. Äh. Oh, hier, warte mal. Genau, fällt mir... Äh. Hallo? Ich hab noch nen Gelb, noch nen Schokobo. Glaub ich mal nen Bogen mal testen? Warte gleich. So, ich brauch noch... Ich hab Angst, dass... Ich hab Angst, dass ich dich töte. Ich brauch noch so nen Gysal. Ist durchaus möglich, dass du mich tötest mit dem Bogen. Und Bogen mit Stärke 5? Elftig? Äh. Das ist Stärke 5 und Flame. Alter! Ich bin fast tot, Alter. Ja, obwohl das Flame ist, glaub ich, nicht so gut, oder? Nee, ist nicht so gut. Du hast ein... Ein Hit und gleich mal zwölf Herzen abge... äh... Zwölf Punkte abgezogen? Ja, tu mal was essen, dass du... ... wieder voll bist. Crack! Genau. Schau mal, ich hab den voll mitgebracht. Den muss ich jetzt praktisch füttern, oder? Genau. Den füt... Wo bist du denn? Hier? Also den ohne rotes Halsband, den musst du jetzt füttern. Bei dem mit dem roten Halsband hab ich gefüttert. Also... Also... Ich weiß nicht, ob das Halsband vielleicht was damit zu tun hat. Oh... Und ob das noch heißt, dass die rollig sind. Nein, ne, weil jetzt haben sie beide ein rotes Halsband. Die anderen noch gefüttern, meinst du, die paaren sich? Hast du noch so ein Ding? Ne, die sind ja gefüttert, deswegen haben sie ja so ein rotes Teil. Ja, aber der eine hat das Herzen rausgekriegt. Das hat der andere auch gemacht. Ja, aber wenn die zusammen Herzen raushauen, meinst der das hier irgendwie? Ja, vielleicht dauert das auch ein bisschen länger einfach. Hallo? Hä? Ach so, ey... Alter! Hast du keine Rüstung an, Alter? Ja, vielleicht hab ich Rüstung an. Aber ich hab halt nur Iron-Chast-Blade und du hast nen Diamond. Oh, ey, sag das doch. Da haut ihr da voll dein ganzes Leben runter. Nur weil das mich töten. 30 Level-Fläschchen haben wir auch schon, Alter. Ey, was ist denn das? Ey, was ist denn das? Was? Ne, das ist das Ding, was Schaden macht. Schaden? Ja. Genau, das war ich nicht. Ne, ich wollt's nochmal ausfesten. War das eine Ding, was ich mal hatte in der Hand, weißt du, wo du dann auch den Schaden bekommen hast? Einen, oder? Mhm. Auch doof. Warte mal. Ja, ich teste nur gerade die ganze Waffen, die ich mir mitgebracht hab. Golden Gieser. Riftblade. Essenzen. Ich hab schon wieder so nen Alkoholtest. Hä? 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 Hm? Ich habe den Bären abgeschlachtet und habe Raw Steak bekommen. Was? Raw Steak? So, Sand. Alter, da passt so viel rein in den blöden Rucksack. Nur kurz fünf Level flächig geschlackt. Nix. Warum? Alter. Jetzt habe ich mir endlich mal hochklärt wieder leer. Ich wüsste trotzdem gerne mal, was diese Lillipad of Fertility oder so ähnlich sind. Das wüsste ich gerne mal. So. Karotte, Pumpkin, kommt also in die Essenskiste. Das Bogen-Giraffe können wir wegschmeißen. Das kommt in die Kiste. Da ist vielleicht Zombie-Kopf schon wieder hier. Ja, ich habe auch schon jetzt zwei hingegangen. Zombie-Tür. Was? Zombie-Tür? Hm, Zombie-Tür. Wo haben wir denn Leder? Leder ist schon in der Ressourcen-Kiste. Alter. Hier, ich habe ja noch mal 17 Fläschchen auf Enchantment. Ich kann... Ja, ich habe alles mitgenommen. Alles eingeschickt, was ich gefunden habe. Ich habe eigentlich viel zu viel Essen dabei. Ich habe ja drei Stacks Essen dabei. So. Bottles auf Enchantment, die heben uns auf. So, fertig. Jetzt bin ich an, Junge. Ich muss mein Schwert noch ein bisschen... Ach, toll. Ich habe ja bloß das 7 Level. Ach, verdammt. Jetzt habe ich sie doch verzaukelt. Ja, ich wollte eigentlich nicht... Ich wollte es eigentlich gar nicht mehr weitermachen. Egal. Gut. Hauen wir uns mal kurz in die Haie, oder? Na, schauen wir mal kurz nach unseren Kokobus. Vielleicht... Vielleicht ist da was passiert. Hallo? Jetzt ist es. Na, dann kann die ja züchten. Ähm, und was wir jetzt dann machen? Ist ja eh grad Tag. Da hinten ist ja auch Ding, ähm... Da hinten gibt es ja... Ähm, Obsidian. Wir holen uns jetzt mal... Hast du das gerade gesehen? Wie viele Schaden ich dem Typen gerade gemacht habe? Äh, nicht. Hast du den Creepy hier unten gesehen? Also dem Skelett habe ich 35 Schaden gemacht, und dem Creepy habe ich 29 Schaden gemacht. Hier unten klappert doch irgendwo einer, oder? Ah, nee, ist gerade abgebrannt. So, wenn ich mal einen. Ey. Auch wenn ich mach das nichts, wenn man, äh... wenn ich hier mit brennenden Pfeilen schieße. Warum schieße ich ja nicht auf einmal zwei Pfeile? Ja, mit dem Legerbow. 38 beim Typenfisch. Legerbow, ganz normal, 38 Schaden. Äh, äh, immer zwei Pfeile. Junge. Hier war doch irgendwo... Obsidian. Ah, hier. Obsidian. So, wie viel brauchen wir fürs Portal? Zwei... Sechs, zehn Stück. Komm, hilf mir, du hast auch eine Diamantspitzacke, oder? Ach, komm. Ne. Ich will alleine abbauen. Ich hasse Obsidian abbauen. Warte mal, haben wir gleich. Obsidian abbauen, das... Hä? Mein... Diamanten kriegt man eigentlich immer genug. Weil dann machen wir nämlich jetzt die Vorbereitung und im nächsten Part gehen wir doch mal in die Nöter. Ja, muss ich bloß sagen, wo der Obsidian war. Ähm, auf der Karte, oberhalb von dem See, den wir direkt bei uns in der Nähe haben, haben wir doch unten diesen See mit diesen zwei Becken. Und oben drüber dieser See, da oben drüber ist schon ein kleiner roter Fleck. Also quasi ein bisschen nordöstlich von unserem Häuschen. Oberhalb von diesem kleinen einzelnen See, da. Alter! Hast du jetzt gerade auf mich gesch... War jetzt auf mich geschossen, Geschwein? Also sieben hab ich schon. Ja, aber nein, wir werden nicht aus Obsidian bauen, weil das ist echt extrem ätzend abzubauen. Nein, 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 nein. Ich hab aber jetzt... Den Versuch hab ich aber schon mal gemacht, ne? Obsidian abbauen oder lieber ein Becken aus Lava machen. Dann sag ich dir ganz ehrlich, dann trage ich lieber 20 Millionen Eimer Dings rum, wie Obsidian abzubauen. Ja, dann trage ich lieber die Lava dahin und dann ein bisschen Wasser drüber, als wie Obsidian abzubauen, dann wieder irgendwo hinzusetzen. So. Ja, müsste eigentlich reichen, also ich hab jetzt 12 Obsidian. Ich hab Bock auf Pfefferminz-Tee. Was? Pfefferminz-Tee? Hm, hab ich irgendwie immer Lust drauf, keine Ahnung. Pfefferminz-Tee. Jetzt muss ich mal hier so ne blöde Palme platzen. Oder so ein Limetten-Tee ist auch cool, dann dran. Palme. Da fallen sogar Kokos mit so runter von der Palme. Hier. Echt? Kokonat. Wow, Kokonat. Was kann man daraus machen? Kann man das essen? Ne, kann man das schmeißen? Ne. Was soll ich damit machen? Hier. Ist da auch eine. Um bestimmt irgendwie überarbeitet. Ja, mit Sicherheit. Bestimmt wird zu irgendeinem Getränk oder irgendwie sowas. Eigentlich schmeißen wir ja ganz schön viele Federn. Oh, oh, oh. Na? Na, ihr? Wir müssen halt irgendwann mal Sattel finden, ne? Nein, kannst du nicht bauen. Die muss man finden. Oh, oh, oh. Palme, Palme. Palme, 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 Palme. So, dann würde ich sagen, das war's leider schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und teilt unsere Videos mit euren Freunden. Darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.